Schönen guten Tag. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Hallo. Ihr lieben Menschen, die zugucken. Wir haben eben gerade so eine schreckliche Runde gehabt. Aurel gegen Funköchen. Ja, ne. Über eine halbe Stunde haben wir gespielt. Ich lösche den Namen. Sowas von. Und dann haben wir extra verloren. Also er hat extra verloren, damit wir aufhören zu spielen. Boah, das war echt mies. Er hat auch keinen Fall mehr gemacht. Na, hast du ehrlich nicht. Den hab ich euch auf Malphurion. Nein, Illidan. Dieser Skin hat mich gerade nicht richtig. Ich bin nur auf den Swing geguckt. Okay, das könnte interessant werden. Illidan, hast du? Ich hab Tyrial. Es ist echt ausgewogener als... Früher. Ja, auch wenn... Ja, es ist einfach ausgewogener. Ausgewogener als das normale Zufallsprozier, wenn du Schnellsuche machst. Ja. Ja. Guck mal, aber du hast den Mann ab uns. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Lass die Schlacht beginnen. Wo geht dein Illidan lang? Der? Der geht gerade Top-Lane. Syri halt auch. Okay, dann stellen wir uns gegenüber und die beiden. Oder gehst du auch Top? Nein. Ich geh natürlich auf meine Lane. Damit hab ich echt nicht... Das war gemein. Wie schön, ich um die Ecke kam, ne? Die alten Schreine erwachen, kontrolliert sie und setzt den Drachenritter frei. Du machst so wenig Schaden, von dir muss ich keine Angst haben. Bei dir kann ich inkommen jederzeit, auch fast das will ich sogar noch haben. Ich kümmere dich! Aktiviert die Schreine jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch! Wegst du auf Mana! Wegst du auf Mana! Ich brauche mehr Mana! Ich muss mich zurückziehen! Ah, die Zeit ist gekommen! Kann sein, dass Tyrael gerade runterkommt. Kann sein, aber ich habe nichts gemacht! Ich auch nicht! Ich glaube, der Typ, der gegen mich kämpft, ist der echte Modi. Ey, der jetzt abhaut! Da lang, da lang! Komm, schneller! Oh, das war knapp! Das war knapp! Das war knapp! Gut, dass du das nicht einnehmen kannst! Die beiden Bots laufen jetzt eben nur noch hin und her gleich! Was tun die, Alter? Was tun die? Was tun die? Was tun die? Was tun die? Na wo ist Tyrael? Nicht der, den die sucht, aber. Das Schlimme ist, wir dürfen ja nicht mal diesen Bereich betreten, um die aufzuhalten. Das ist richtig deprimierend. Du darfst, du darfst doch nicht da drin stehen, oder? Doch. Oh, es war knapp. Nein, 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 ja, oh, jetzt kommt das Auto und ich bin ein Geil. Jetzt kommt das nochmal. Jetzt müssen wir das wissen. Nein, mein Schild war gerade bereit, Mann. Nehmt seine Macht in Anspruch. Ih, dann kannst du bitte Tyrael töten gehen. Komm schon. Ja. Kopie. Illidan, komm raus. Was? Als ob der an mir vorbei reitet. Aber Aladin auch. Aladin aber auch. Ich hörte es einfach nicht, ne? Ist das scheißegal. Was für ein Aladin macht Illidan. Illidan ja aber genauso. Oh, oh, jetzt kommt er raus. Hi. Ja, aber der rennt endlich vorbei, pass auf. Ne, der ist rausgekommen, um mit mir zu kämpfen. Der hat es einfach restauriert. Der hat es einfach restauriert. Nein. Keine Sorge. Wo ist die Tür? Ah, da kommt er ja. Nein. Oh, ich bin tot. So, wie ist die Tür? Er hat mich getötet! Sie werden nicht vergessen werden. Alles drauf. Oh, jetzt bist du auch gerade Fun. Illidan genoodelt? Ja! Oh, du wurdest wie immer nicht getötet. Oh, ist nicht passiert. ja aber ich glaube tyrael gewinnt das meine dienste werden ja 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 Oh, verdammt, ich habe auf die Minimap geklickt. Na, welcher von euch? Oh, das werde ich nicht mehr rausfinden. Verdammt, mein Attack war gerade wieder bereit. Es war der untere von den beiden. Ich glaube, Tyrael ist ein bisschen aufgehalten. Ich schwöre dir, was macht Tyrael eigentlich? Er ist voll komisch. Hast du ein Lager gemacht? Vielleicht? Hast du es nicht vermerkt? Ich schwöre dir, ich habe das nicht mitbekommen. Oh, geil. Ähm, blieder, blitze, 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 sei nicht dumm, ja? Neue Stufe, Stufe 9. Ein weiterer Sieg für die Geißel. Ich hoffe, Tyrael wird das vom Lager geflögert. Ich werde euch lasst eure Feinde blenden. Irgendwas ist gerade geschehen. Ja, ich weiß, aber das ist nicht so schlimm, weil das nur der erste ist und wir schon ein höheres Level haben. Ops. Wenn das, wenn ich hier wieder rausgehen würde. Ah, ich kann wieder raus holen. Ich werde mich zu spät aufgefahren. War jetzt glaube ich keiner von den anderen Kopien, sondern echt du, oder? Ja, das war echt ich. Das ist schade. Wo ist Tyrael? Weiß ich gar nicht. Back. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Haha. Die Drachen werden wiederherrschen, wie ihr befehlt. Illidan wollte mich unbedingt töten und ist selber gestorben. Er ist in Power reingesprungen. Was erwartest du? Für den Fros-Tron. Ich kümmere mich darum. Wo bist du gerade? Was machst du so? Bot-Lane-Lager. Ich mach auch ein Lager. Das ist ein Bot-Lane-Lager, ne? Natürlich das Bot-Lane-Lager. Bald werden die Schreine erwachen. Aber nur eigentlich, mach da. Okay, ein FG ist dann auch immer reich. Das ist recht, weil ich Ulte und du Ulte und meine Ulte. Aber Fracker ist das Seine. Hast du dich gerade gemutet, um dich schön aufzuregen? Wie bitte? Hast du dich gerade gemutet, um dich schön aufzuregen? Nein, nein, nein. Meine Mutter war es gerade zum Zimmer gekommen. Als ob du schon weißt, muss ich noch was abfraut. Ich habe nur noch wenig Mana. Weißt du, ich glaube, unten meine beiden Lager sind stärker. Ja, ich wollte eigentlich, aber dann wollte Tyrael nicht. Ich weiß nicht, warum. Oh, du bist ja schon wieder am Leben. Ich warte nur auf Illidan. Ich kann da nicht eingreifen. Die sind da, wo ich nicht hin darf. Das macht's mit dem Arm, ha? Wir haben ein bisschen mit ihm gespielt. Wählt ein Talent. Ich sehe es. Sind sie dabei fast gestorben? Er ist dabei fast gestorben. Ich will das. Ich bin die Flucht. Ich bin der Flucht. Ich führe, er juckt sich gar nicht, dass ich ihn angreife, ne? Komm, eins gegen eins, komm her! Okay, zwei gegen eins, komm. Jetzt greifst du an? Jetzt greifst du an? Willst du mich verarschen? Ja. Du hast ihn angepängt. Nein, ich habe ihn nicht angepängt. Er geht zum Beispiel geradeaus weiter und ich gehe gerade wieder zurück in Lager machen. Ach nein, Inni da ist hier, cool. Halt's ab, komm, jetzt töte ich aber auch. Ich komme aus dem... Ich komme aus dem... Ich komme aus dem... Egal, der echte kommt wieder. Das war nicht der echte. Ich schwöre, deine Ulti ist so stark. Das weiß ich, ich heil mich an allen dreien, ne? Wo ist Tyrael da? Was macht der denn wieder? Der läuft voll den dumm Weg. Tja. Er liegt ganz schön in Führung, irgendwie. Ach was. Ja, aber auch... Aber nicht vom Level. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Ach so, wegen den... Ach, Kills. Geben. Wo bist du gerade? Was für ein Lager machst du? Welches? Spotland. Unser Tyrael gerade. Oh, halt Tyrael. Tschüss, Tyrael. Alter. Der läuft an mir vorbei, schweizt einmal mit dem Hammer nach mir und geht wieder. Ja, weil er mit meinem Lager helfen wollte. Die wollen ja immer helfen, die Bots. Genau. Hier soll ich nicht los entscheiden. Weiter so. Und das Lager fickt aber trotzdem durch. Und Illidan ist alleine, ist viel zu langsam um beide Lager einzulehnen bevor ich wieder da bin. Schau dir mal Botlane an. Schau dir mal Toplane an. Ja und, ich bin da, du. Okay. Du kämpfst da immer noch? Also guck mal, Bot bin ich schon fertig. Ich krieg die nicht weg. So soll es sein. Oh, guck mal, die Drachen sind noch aktiviert und Illidan hat gewartet. Wie cool. Wie cool. Wie cool. Komm her Illidan. Scheiße. Ach, guck mal, was macht Tyriel denn da? Ich weiß nicht, erzähl mir, was macht der? Die Flammen werden euch verfolgen. Als ob er es geschafft hätte, ist doch nicht wahr. Ich weiß nicht, dass... Ja. Ja. Der Flur ist gefallt Aaaaaah Als ob du wieder gekommen bist Was? Was war das? Das ist geil, oder? Hallo? Du bist vor stehen geblieben? Wurde es unsichtbar, wieder sichtbar und dann warst du immer weg? Ja, das ist geil, oder? Das ist, ähm, Windlauf Das tat mich halt einfach nur, aber durch meinen Effekt erschaffe ich noch ein Spiegelbild Das ist dann für mich weggerannt, das Spiegelbild Und das hast du getötet Deswegen war es dann weg Was? 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 Wir müssen angreifen, solange unser Feind noch geschwächt ist Kein Mana mehr, sonst würde ich ihn jetzt kriegen Das war amüsant Was? 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 Ich hab ihn... Ich hab ihn grad... Ja... Er stand da halt so So... Der Gegner greift eure Zitadelle an Die Zeit ist gekommen Als ob das jetzt schon 2 Katapulte wären Als ob das jetzt schon 2 Katapulte wären Als ob das jetzt schon 2 Katapulte wären Der Drache soll nicht länger ruhen Und er fesselt seine Macht Und surreal, guck mal was der schon wieder macht Und Illidan Eine feindliche Festung ist gefallen Illidan hat mal wieder voll keinen Plan vom Leben Ich habe nur noch wenig Mana Ich habe nur noch wenig Mana Ich habe nur noch wenig Mana Und die Möglichkeit jetzt mit meiner Ulti gleich auf der MW20 Hast du nicht gerade bei dir an der Basis und hast mein Lager zerstört? Warte, war das Tyrael Nein, das war... Warte, bei mir? Bei dir oder wo? Bei dir? Nein, das war ich Dann habe ich Kopien gesetzt und bin weggegangen Ely dann ignoriert mich einfach Na, 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 na Weiß auf Eine Ruhe So Wo bist du wieder hin? Like Zeh dich? Da weißt du ja, dass ich ganz nah dran bin Oh verdammt Wow Deine Medien haben alles kaputt gemacht Alles Oh, schön Ich stehe dich vor Er ist so willkommen Ich stehe dich vor, Er ist so willkommen Das ist so, eine Werner Ja, ich bin so dumm Ich sehe dich vor Aber ich bin so dumm Aber ich bin so dumm Ich kann mich nicht herausfinden Ich bin so dumm Ich kann mich nicht die liga wo bist du Hey, guck mal, wo bist du? Oh, ich hab ja jetzt Dauer hier. Oh, ich hab ja jetzt Dauer. Jo. Ach guck mal, Tyria ist auch da. Oh. 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 Oh.